Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Im Ortovisual E-Mobility Center kommen Fans von Elektrofahrrädern voll auf ihre Kosten. Das Fachgeschäft in Hirschberg bietet eine große Modellauswahl mit einer ausgefallenen Markenvielfalt namhafter europäischer Hersteller. Darüber hinaus überzeugt das Unternehmen mit einem umfangreichen Sortiment an hochwertigen Zubehörteilen, Bekleidung und Pflegemitteln. Inhaber Oliver Daub und sein motiviertes Team beraten mit langjähriger Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft. Um das technisch wie auch ergonomisch passendste Rad zu finden, werden vor Ort umfangreiche Analysen wie 3D-Körpervermessungen durchgeführt. Wartungsarbeiten und Reparaturen können in der hauseigenen Werkstatt abgewickelt werden und auch mit Finanzierungen, Versicherungen sowie einem Verleihservice punktet der Expertenbetrieb. Seriös und zuverlässig. Sowohl Kunden als auch die Firmen-TV-Redaktion empfehlen das Otto Visual E-Mobility Center.